Schockierender Babyfund in Langenzen im Landkreis Fürth. Am Mittwochmorgen entdecken Passanten auf einer Wiese an einem Kloster ein Neugeborenes. Sie rufen sofort Notarzt und Polizei. In erster Linie wurde sich natürlich von notärztlicher Seite um das Neugeborene gekümmert. Das wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort ärztlich versorgt. Polizeilicherseits sind hier Spurensicherungsmaßnahmen angelaufen. Es war ein Polizeihubschrauber im Einsatz und Personenzuchhunde. Nur eine Stunde später und mit Hilfe von Anwohnern kann die Polizei die Mutter des Kindes ermitteln. Sie lebt in Langenzen und wird von den Beamten in ihrer Wohnung angetroffen. Die Frau ist jetzt erstmal ebenfalls in einem Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung. Und die weiteren Maßnahmen müssen dann durch das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth getroffen werden. Der Frau soll es körperlich soweit gut gehen. Das Neugeborene allerdings befindet sich in einem kritischen Zustand. Und Fassungslosigkeit bei den Anwohnern. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur geschockt. Ich habe selbst einen kleinen Jungen erst bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was in einer Frau vorgehen muss, dass man sein Kind ablegt. Ja, ich finde es schlimm, dass eine Mutter so verzweifelt ist in der heutigen Zeit, dass die sich nicht an irgendjemanden wendet und Hilfe sucht. Das finde ich ganz schlimm, ja. Weshalb die Frau ihr Kind ausgesetzt hat, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Und wir haben jetzt wieder ein paar Tage. Ich kann mir das nicht ansehen.